Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat eine andere Welt, der andere liebt eine andere und hat sich mit diesem Welt. Das Menschen nimmt aus Erdo den ersten, besten Mann, der in den Weg verlaufen, die Jüngling ist nun dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie erneu, und den Seelus verzehren, dem Kind der Herr entwei. schwer auch, schwer auch? Ich höre nicht, nur die Menschen, bei der Herr стенkörner,